Nicht jedes Material ist geeignet für die Herstellung einer Montage. Bei ERW verwenden wir aus langer Erfahrung heraus nur die besten Materialien. Diese müssen unseren hohen Ansprüchen standhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Seit über 30 Jahren vertreiben wir die Montage von ERW und empfehlen sie gerne unseren Kunden. Die Genauigkeit und Maßhaltigkeit bei ERW ist dabei stets makellos. Eine hochwertige Montage bildet eben das Fundament für die Genauigkeit der Zieloptik. Das ist der feine Unterschied zur Massenproduktion. Bei uns wird noch per Hand geschliffen. Wir sind hier in Iphofen seit vielen Generationen Winzer und Jäger. Und wenn du auf Jagd gehst, dann kannst du nichts austauschen. Dann muss es einfach funktionieren. Und deswegen ist für uns ERW gesetzt, denn das funktioniert immer.